Herzlich Willkommen zurück zu deiner Let's Play The Crew. Wir sind weiter hier in dem Summit. Ja, Jan ist pinkeln. Ich hoffe, dass Jan schnell genug ist, weil sonst hat er nämlich ein Problem. Dann startet er nämlich und steht am Ziel. So, wir sind weiterhin noch in der italienischen Woche, wie gehabt. Und wir fahren Rennen mit Verkehr und Schubsen. Och mein Gott. Und wir fahren einen 458 Speziale als Rennfahrzeug. Ja, sehr schön. Los geht's. Ich hoffe, Jan hat sich beeilt. Sonst hat er nämlich ein Problem. Es geht nämlich los. Rundkurs mit Verkehr. Ja, er ist pünktlich. Donnerwetter. Denn er mit Schubsen und Verkehr. Scheiße. Ja, richtig scheiße. Ich versuche mal hier wegzuboxen. Ich versuche jetzt gleich einen geilen Start hinzulegen. Weck mit dir, du Hure. Hallo. Jetzt kommen wir das mal ein bisschen ab. Käppelt euch nochmal ein bisschen. Zack. Ich habe gebremst. Andere nicht. Jump. Erster. Oh. Fährt der denn hin? Ja, ich würde mal bremsen. Hoppali. Oh, es riecht nicht. Wie gar nichts. Ich auch nicht. Es ist mega dunkel gerade im Spiel. Oh, es geht mir Windschatten. Komm jemand näher heran. Ja, komm, komm, komm. Oh nein. Komm jetzt, komm. An hier. Ja, wirklich nicht. Alter, die Leute können nicht mal geradeaus fahren. Liegt einfach so gut hier, der Ferrari. So liegt meiner auch. Ich mag das Auto. Wie verrückt. Als Rennfahrzeug. Weil er das tut, was du willst. Ja. Ja. Dann sind wir gleich alles gefahren, ne? Das war's dann. Ja. Dann kommen Drexler und MonsterCon. Ja. Versuche ich gerade hier ein bisschen Vorsprung rauszufahren aus dem anderen. Mann. Hast du auch mal einen derben Fehler gemacht, Jan. Ja. Hallo? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ich weiß noch mal. Du willst auch nur Windschatten von mir haben. Ja, das war's auch. Ja, wir schubsen uns. Jan. Fahr doch einfach vorbei dann. So. 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 Oh, lass mir alles zerstört hier. Ja. Und der Börn Schlumpf, der wird sich wahrscheinlich beschweren. Ja. Weil ich vorhin hinten in eine Karre gefahren bin. Aber wer zu früh bremst, Junge, ist ja wie, als wenn ich auf der Straße fahre, Alter. Und einer bremst wegen einer Schnecke. Ja. Oh mein Gott, ein Pferd. Uff. Rechts rüber. Ja, beim Pferd würde ich aber auch bremsen. Alter, weil das Ding, das schläge ich dir so durchs Auto. Beim Nashorn. Beim Nashorn. Alter, guckt mal an, wie dunkel das ist, Leute. Warum? Wie soll nicht schön das Wetter? Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe davon so richtig die Schnauze von diesem scheiß Regen und sowas. Keine Ahnung. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Findet ihr das noch abwechslungsreich, wenn es immer nur regnet oder etc. Oder habt ihr das gar nicht so oft wie wir in so Crew? Also, uns kommt es vor, wenn wir, sagen wir jetzt einmal, wir nehmen 100% vom Tag, was wir spielen, haben wir 80% Regen. Und davon kommt nochmal 10% dunkel und 10% schönes Wetter. Also, weiß ich nicht, die Atmosphäre geht dabei verloren. Zumindest mir geht sie dabei verloren. Aber das muss jeder auch für sich selbst. Ja, wir gehen raus, ne? Ja. Okay. Dann haben wir alles davon gezeigt. Ja, Jan. Dann Dragstar und, äh, Monster Truck müssen wir noch. Und Driften. Aber machen wir nicht, ne? Ich wäre eher für Monster Truck, dass wir das nicht machen. Die Monster Truck ist doch lustiger, oder nicht? Okay, ne. Ist doch egal. Aber ein bisschen rumjumpen, Alter. Können wir trotzdem mal zeigen. Einfach alles zeigen. Scheißegal, Jan, ob wir es mögen oder nicht. Einfach alles zeigen oder nicht. Ich mag's, ne. Nenenenenene. Rentenententententen. Rententententen. Und, Alter, wie stehe ich denn, Alter? Quarchz? Wenn ich Gas gebe, dann bin ich gleich in der Wand drin. Lass mir die Ruhe. Lass mir die Ruhe. Alter, ich bin so schnell. Alter, ich komm nicht ran, ne? Ich hab 5,80. 502... Ich bin als erstes durchgekommen. Ja, ja. Lauf, Bandit, zweiter. 572 Kammer. Im Windschatten. 577 sogar. Aber die Strecke ist schon geil. Die macht Bock. Die macht richtig Bock, weil das ist mal ne richtige Dragster-Strecke. Und nicht mit Kurve drin. Liebe... unsere Crew-Entwickler. Habt ihr doch schon mal Dragster gesehen, dass die in die Kurve fahren? Ja. Ja, unsere Crew, ne? Oh, scheiße. Komm, kühl ab. Ja. Jetzt kannst du mal Windschatten fahren. Gucken, wie schnell deiner wird. Also bin jetzt erst bei 500. 510. War er wegen deinen Reifen, oder was? Ja. Okay. Aber du warst trotzdem schneller. 564, Alter. Trotz Scheiß-Start. Hä? Schwarzer Bildschirm? Ja, nächster Lauf. Ja, aber... Okay, seit wann hat man so'n langen schwarzen Bildschirm? Weiß ich nicht. Da hat ein neues Update gekocht. Okay, wieder perfekt. Oh, da kommt Jan. Alter! Fort! Fort, er tut was! Ich fahr fort und komm nie wieder. Wer hat's gewonnen? Wer hat gewonnen? Du? Ne. Zweiter. Und? Guck mal, auf die Zeit! Ja. Alter! Das war schon geil, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. War schon cool. Okay. Was kriegen wir? Weil jetzt seht ihr ja, so tunen wir zum Beispiel nur unsere Dragster, ne? Also wenn wir ein bisschen Dragster fahren, dann bauen wir hier diese Sachen ein. Kann man jetzt sagen, wie viele Punkte hat dein Dragster schon? Irgendwas mit 1000 ein und irgendwas. Lol, ich hab erst 823. Jetzt. 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 Mit 11 Punkten dazu. Da konnte ich trotzdem gut mithalten. Wenn man das jetzt so nimmt. Sagen wir nur, wenn schon. Monster Truck oder Drift? Drift. Okay. Oh, nicht alleine spielen. Ich hab da unten gedrückt, man. Alter, diese Spielchen. Jan ist heute ein bisschen genervt. Er hat ein bisschen wenig geschlafen, Leute. Er hat vergessen, seine Finger in eine Steckdose zu stecken. War ich öfters? Ich auch. Ja, zum Wachwerden. Machst du das nie? Mann. Oh, fuck, Alter. Wir sagen gleich, wir können nicht driften. Ich auch nicht. Wir können es nicht. Wir sind zu dumm dazu. Aber wir zeigen es euch. Dann haben wir noch eine Runde Monster Truck und dann haben wir es. Hier ist es aus. Oh, der war aber nicht nah. Der war aber schon nice. Der Drift. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Tschüss. Rücksetzen, bitte. Danke. Was wir hier nicht verstehen. Guck mal, Leute. Jetzt haben wir hier eine gerade Straße. Wie soll ich hier driften? Alter, ich check das nicht. Das ist keine Ahnung. Also das ist das einzigste, was ich in The Crew der absolute Bullshit finde. Ah, wir können euch das Neue zeigen, Jan. Gibt es, glaube ich, nicht. Mit den Motorrädern gibt es nicht. KTM ist Italiener. Weiß nicht. Ich gucke gleich mal. Ja? Also wir verstehen dieses Driften hier nicht. Also ich fahre hier einfach nur schnell durch und stelle ihn einfach ein bisschen schräg. Mehr mache ich hier nicht. Weil das Problem ist, wenn du ihn zu schräg stellst oder so, dann zählt er die Punkte nicht. Also verstehen wir nicht so ganz. Pass auf, kann ich euch mal zeigen. Mal gucken, ob ich das hinkriege hier. Nö. Kriege ich jetzt hier nicht hin, Jan. Das war mir gerade mega Backflash raus. Supra lässt sich mega gut fahren entwirften. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Könnte ich von meinem Sportsfreund hier nicht so sagen. Okay. Keine Ahnung. Also. Ich habe falsche Richtungen eingeschaut. Ich bin hier ins Gemüse gefahren. Man muss das mal so sagen. EA kann viel lernen von The Crew. Aber The Crew kann viel lernen, was mit Driften bei EA zu tun hat. Also die sollten sich mal kurz schließen mit dem Driften. Weil das fühlt sich einfach... Wir können das einfach nicht beschreiben. Vielleicht liegt es manchen Leuten, aber mir, Jan, Spike, Michi und viele, viele anderen, die wir kennen. Der S hat wieder 335.485 Punkte. Ja. Wir wissen nicht, wie die Leute das machen. Wir... Ja gut. Wir müssen auch eins sagen. Wir haben einfach kein Driftauto uns hochgezogen, weil wir einfach absolut keinen Bock auf dieses Driften haben. Das fühlt sich komisch an und fertig. Wir hätten dieses Radarfallen-Rennen noch. Das könnten wir noch machen. Dann sind wir für durch für heute. Das kannst du aber nicht machen, weil du dafür den Lamborghini-Muster-Lago-Effekt hast. Ja gut, dann nehmen wir was anderes. Äh, Monster Truck, ja. Ja, dann den Monster Truck und dann... Monster Truck. Und dann ist gut, Jan. Jetzt haben wir noch Monster Truck und danach... Das nächste Video ist wieder PvP. Also wir gehen dann gleich in die PvP-Lobby und hauen da noch eins durch, Jan. Müssen wir machen. Weiter, ich... Welchen nimmst du? Abarth 500. Echt? Nehmen wir Abarth? Jo. Okay, nehmen wir Abarth, komm. Dem Lamborghini Reventron. Boah, das wäre fett, Alter, wenn es den als Monster Truck geben würde. Oben dieses Chassis drauf vom Lamborghini, Alter. Und diese Mega Reifen. Boah, das wäre lustig. Das wäre mega lustig. Mega Dragster. Los. Geht's. Hui. Sprung. Hui. Ja, Mann, Punkte. Jawohl, perfekte Landung. Dreifach, Junge. Hui. Hui. Fangen wir mal hier lang. Also ich kenne die Strecke nicht. Okay, fangen wir hier oben lang. Da kriegen wir ein 500er. Äh, nicht gekriegt. Hui. Oh, ich bin runtergefallen, Jan. Cooler Hubgreifen. Hui. Ich würde sagen, wir gehen mal hier ein paar Saltes machen. Hier ein paar Loopings. Und. Hui. Hui. Hui, Mutti. Hui. Mach das gut. Hui. Bremsen. Oh. Und Jump. Hui. Hui. Oh, Alter. Meine Federn. Was ist denn damit? Ich glaube, denen gefällt das nicht so gut. Nein, nicht ins Wasser. Nein. Hui. Ich fall aufs Dach. Äh, hallo. Hi. Ich drehe mich gerade auf meiner Motorhaube. Wir müssen ein bisschen Anspunkt nehmen, Leute. Sonst kommen wir nicht durch den Looping. Und. Nitro. Hui. Ich bin in der Wand verpackt. Und nochmal. Hui. Ich bin wieder unten. Hallo. Hui. Und hier hoch? Ach, du kannst auch Stunts machen. Okay. Okay, versuchen wir mal ein Looping zu machen. Ach. Guck mal, man braucht einfach hier nur in der Mitte lang fahren. Dann kriege ich immer Hunderter. Auch nicht schlecht. Hui. 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 So, jetzt fahren wir hier hoch. Oh, da haben wir den 500er nicht gekriegt. Schade. Jetzt machen wir ein Looping. Passt auf. Hui. Alter, diese Bremsen. Verdammt. Ich find's lustig. Einfach mal nur ein bisschen durchdrehen in dem Spiel. Was anderes kann man da einfach nicht machen. Boah. Boah. Fett gedriftet, Leute. Machen wir da noch einen fetten Stunt. Fetten Stunt. Hui. Ja, Leute. Das war Monster Truck. Natürlich. Der King hat wieder gewonnen, ne? Äh. Getriebe gewonnen. Jawohl. Sehr schön hier. Grip Bonus. Ja, auch sehr wichtig. Aber sieben Punkte sind sieben Punkte. So. Ja, damit sagen wir vielen, vielen Dank, dass ihr eigentlich... Oh. Ich hab Drexler gewonnen, ne? Nein. Ich glaube, ich hab's gewonnen. Ja. Können wir grad warten, ob er voll war? Nein. Okay. Damit sagen wir vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei The Crew. Wir hören uns morgen in der PvP-Lobby wieder. Bis dennne. Übermorgen. Tschüss. 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 Tschüss.